Diese Veranstaltung war so wichtig für uns, weil schon alleine der Name, wo liegen die Grenzen des Sagbaren für uns als AfD-Landtagsfraktion immer wieder, wie wir auf diese Frage stoßen. Also ob das bei Plenardebatten ist, ob das bei Bürgerdialogen ist. Wir sind hier angetreten mit dem Schlagwort Mut zur Wahrheit und wir erleben aber in der heutigen Zeit immer wieder, dass diese Grenzen des Sagbaren immer weiter eingeengt werden und dass man, wenn man bestimmte Positionen vertritt, man sofort in eine Ecke gestellt wird. Also in der Tat hätte ich mir das nicht vorstellen können, nach dem Mauerfall und nach der Vereinigung, dass ich eines Tages auf einem Podium sitzen würde und wieder für die Meinungsfreiheit streiten müsste. Ich habe damals eigentlich gedacht, dass wir mit der Demokratie, die Demokratie ist natürlich immer nur so gut wie die Demokraten, die sich für sie einsetzen. Aber dass es mal wieder eine Situation entstehen würde, wo ich mich verteidigen muss, wo ich diffamiert werde, weil ich meine Meinung frei und öffentlich äußere und das lasse ich mir von niemandem nehmen, das hätte ich mir nun allerdings wirklich nicht vorstellen können. Nach meinem Eindruck, und ich habe sozusagen sozialistischen Journalismus noch gelernt und gebaut gekriegt, den Eindruck habe, man kann heute alles sagen, was man denkt. Wir sitzen doch auch hier und sagen, was wir denken. Dass man unter Umständen dafür beschimpft, kritisiert, vielleicht sogar diffamiert wird, will ich nicht bestreiten. Ich finde aber, das gehört dann eben zu einem offenen Diskurs. Ich habe kein Problem, damit angegriffen zu werden für das, was ich sage. Aber mein Problem beginnt, wenn das mit staatlichen Strukturen in Verbindung steht. Und das ist das Gefährliche daran. Die Differenzen waren schon ganz beträchtlich, aber für mich war der Abend ein Beispiel dafür, dass man trotz aller Differenzen sachlich miteinander umgehen kann. Und das finde ich den großen Gewinn. Ich fand, wir lagen in vielen Dingen schon weit auseinander. Wir sind aber pfleglich miteinander umgegangen, wie es sich für einen ordentlichen Diskurs gehört. Und ich bin ja hier gewesen, weil ich austeile, also stelle ich mich auch einem Diskurs. Ja, natürlich gab es Zeiten, wo wir uns anders verhalten haben, weil wir sozusagen ein anderes Weltbild selbst hatten. Wir sind beschimpft worden im Jahr 2015, da hing an unserem Medienhaus, dafür haben wir viele Abos verloren übrigens auch, aber auf der anderen Seite auch viele gewonnen, hing ein Transparent Refugees Welcome. Das hat kein Politiker uns eingeredet, das hat nicht mal der Geschäftsführer uns eingeredet, das hat auch kein Herausgeber uns eingeredet, sondern es war eine Idee unserer Volontäre damals, über die wir sehr strittig diskutiert haben in der Verlagsrunde und dann gesagt haben, wenn unsere jungen Mitarbeiter meinen, man müsste jetzt ein solches Signal setzen, das war so ganz zu Beginn der Flüchtlingswelle, dann tun wir das. Sie haben, das fand ich gut, positiv auch gesagt, auch selbstkritisch gesagt, na okay, wir haben unsere Berichterstattung seit 2015 verändert. Warum und inwiefern? Weil wir zum Beispiel festgestellt haben, dass sogenannte vertrauenswürdige Quellen, die Sie ja aus Ihrem Berufsleben sicherlich auch kennen, also bei bestimmten Quellen war es Usus, dass man es nicht hinterfragen muss, sondern dass das eine verlässliche Quelle ist. Wir haben lernen müssen, dass selbst vermeintlich verlässliche Quellen eben nicht per se verlässlich sind und wir auch die nachprüfen müssen. Und wir haben gelernt, dass das Meinungsspektrum, auch übrigens in unserer Leserschaft, wesentlich breiter ist, als wir es vorher angenommen hatten. Müsste es mehr dieser Veranstaltung geben oder wie bewerten Sie diese Veranstaltung hier heute? Ja, es müsste unbedingt mehr solcher Veranstaltungen geben. Die Diskussionskultur in unserem Land ist ja praktisch abgestorben, aber Demokratie lebt von der Diskussion, lebt von einem Austausch von Argumenten. Und wenn der Meinungsaustausch nicht mehr möglich ist, weil eine Seite erklärt, sie will mit der anderen Seite überhaupt nicht mehr reden, dann ist auch die Demokratie in allerhöchster Gefahr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017